Du hast ja hier auch so einen Eisberg mitgebracht mit verschiedenen Faktoren. Willst du da kurz mal was dazu sagen? Also im Grunde zeigt der Eisberg eigentlich das Sinnbild nicht nur mit der Titanic, sondern hier geht es darum, was wir sehen können, oben auf der Oberfläche, ist ja nur ein klitzekleiner Teil. Und bevor jemand Symptome entwickelt, also sprich wirklich organpathologische Veränderungen hat, wie die Medizin sagt, ist eine Menge davor passiert und zwar im funktionellen Bereich. Das heißt, wir haben Einflüsse tagtäglich, Umweltgifte strahlen, Ängste, Sorgen, Nöte, was weiß ich, verschiedene Glaubenssätze und die wirken schon subtil. Die bewirken vor allen Dingen, also nehmen wir mal die Schwermetalle als Umweltgifte, die wirken vor allen Dingen darauf, dass sie den Stoffwechsel blockieren, also Enzyme werden blockiert, dadurch kommt der Stoffwechsel ein bisschen zum Erliegen. Weil die ersetzen, die setzen sich anstatt... Die ersetzen die Steuerelemente in den Enzymen, ja, das ist einfach so. Die werden verdrängt, was weiß ich, wenn ein Enzym Zink gebraucht als Co-Faktor und wird verdrängt und kommt Quecksilber rein, dann funktioniert das Enzym nicht mehr so. Und das ist zum Beispiel im Bereich der Schilddrüsenhormone. So, und dann haben wir Regulationsstörungen, die sich dann aber weiter aufschaukeln können zu Funktionsstörungen. Das heißt, das Organ macht nicht mehr das, was es soll, produziert nicht mehr meinetwegen bestimmte Hormonmenge und dann kommen die Leute in eine Unterfunktion zum Beispiel. Haben ja so viele Menschen und Frauen vor allen Dingen ein Problem mit der Schilddrüse. 33 Prozent nehmen sogar, soweit ich ein... Ja, ja. Das sind echt viele. Ja, und irgendwann haben wir diese Organerkrankungen, die man auch wirklich sehen kann, weil manche entwickeln ja so einen Krupp oder so einen Stromer, ja, und so weiter. Das ist aber dann schon die Spitze des Eisberges. Da ist ja schon eine lange Vorgeschichte. So, und die Kunst ist es ja letztendlich, sich so weit zu sensibilisieren, dass man bereits bevor diese sichtbaren Symptome entstehen schon was macht. Also, dass man auch ein Gefühl dafür bekommt, dass bereits in der funktionellen Regulation vielleicht schon etwas nicht so hin ist. Also diese klassischen Befindlichkeitsstörungen, ja, man fühlt sich nicht mehr so wohl, Energie lässt irgendwie so ein bisschen nach, aber man hat noch keine sichtbaren, also Symptome, ja. Und das soll einfach zeigen, die, ich sag mal so, die naturkonforme Medizin oder die, nennen wir es hier biologische Medizin, also die ein bisschen mehr dieses dynamische, funktionelle Denken im Sinne hat, die achtet auf solche Sachen. Und die klassische orthodoxe Lehrschulmedizin, wie sie haben, die schreitet im Prinzip erst dann ein, wenn, ja, eigentlich schon viel zu spät ist. Wenn dein Tumor schon gewachsen ist, dann wird mal geguckt. Und dann gibt es ja eben nur die klassischen Behandlungsmethoden, ja. Aber es ist immer eine zweischneidige Sache, weil es betrifft ja einen Menschen. Das heißt, man kann nicht irgendwie sagen, die Schulmedizin oder wer auch immer ist, gut oder schlecht, sondern wie gut kann der andere oder der betroffene Mensch, sag ich mal, sich selbst wahrnehmen. Also was wir hier machen, ist eigentlich eine Wahrnehmungsschulung. Weil wenn ich dieses Wissen habe, nehme ich anders wahr. Ich kann mich selber anders wahrnehmen. Ich sehe auch plötzlich gleich die Gefahrenquellen im Alltag eher, die ich vorher nicht gesehen habe. Ich sehe vielleicht auch, dass eben diese ganze Technisierung, Digitalisierung nicht so toll ist. Für die Körperbiologie, für die Funktionsweise unserer Körperzellen. Das kann ich aber erst dann erkennen, wenn ich es weiß, wie Goethe sagte. Ich kann nur das sehen im Außen, was ich kenne, was Teil meines Weltbildes ist, durch das ich dann natürlich die Welt betrachte und bewerte. Und deswegen ist es wichtig, sich solches, ich würde schon fast sagen, Überlebenswissen anzueignen. In der heutigen Zeit muss man wirklich sagen, wer sich heute nur blind auf die Lehrschulmedizin oder generell über irgendwelche Therapien verlässt und nicht mehr die Achtsamkeit besitzt, im Alltag wirklich für sich selber gut zu sorgen und sich seine Gewohnheitsmuster mal anschaut und auch schaut, was er selber machen kann, der wird ein böses Erwachen bekommen. Ich weiß, mir hat mal eine Bekannte gesagt, ein Satz, da konnte ich nichts mehr zu sagen, ich tue doch was für meine Gesundheit, sagte sie, ich zahle in die Krankenkasse ein. Hat die das ernst gemeint? Ja, die hat das ernst gemeint. Und ich dachte nur, okay, hier brauche ich nicht weiterreden. Also es ist sinnlos. Opfen, Malz verloren. Ja, es ist sinnlos. Wer so ein Denken hat, wird sehr schnell zum Opfer von solchen Therapien dann unter Umständen. Und dann ist halt die Erkenntnis durch bittere Erfahrung geworden oder durch Leiterfahrung. Ist dann halt so. Und vielleicht können wir mal abschließend noch mal ein Thema hier besprechen, was so verbreitet ist und gleichzeitig wiederum so wenig Sensibilität für die Menschen oder die Menschen dafür sensibilisiert für dieses Thema, nämlich das große Thema elektromagnetische Einflüsse. Ich möchte das Thema mal auf diese Art und Weise angehen, indem ich einfach mal die Frage ketzerisch in den Raum stelle, wenn unser Körper nur aus Atomen und Molekülen besteht, wie kann dann ein Atom krank werden?